Herzlich Willkommen zur Top 10 Show bei Pearl TV. Wir zeigen Ihnen die aktuellen Bestseller von Pearl. Top 10 Show Technik, die Plätze 5 bis 1 und Sie sind live mit dabei, liebe Zuschauer. Die beliebtesten Technikprodukte hier bei Pearl TV, die Sie mit Ihren Bestellungen gewählt haben und falls Sie das ein oder andere Produkt noch nicht gesehen haben, das auch ganz interessant finden, können Sie selbstverständlich jetzt hier bei uns zu den tollen TV-Sonderpreisen, zu den Vorzugspreisen exklusiv für Sie bestellen. Und wir wollen Sie gar nicht lange warten lassen, Sie sind bestimmt auch schon ganz gespannt, was sind die beliebtesten Technikprodukte. Hier kommt der Platz Nummer 5. Und auf Platz Nummer 5 hat es ein Notebook geschafft, liebe Zuschauer, aus dem Hause Dell haben wir ein Dell Latitude auf Platz 5 unserer Top 10 Technik. Vielen Dank, liebe Diana, sehr nett. Herrlich, ein wunderschönes Stück, was wir hier zeigen dürfen. Der einzige Nachteil ist immer, wenn wir so ein tolles Gerät hier in der Top 10 Technik haben, ist, das ist dann immer ruckzuck ausverkauft, weil wir wissen, dann ist es sehr beliebt, es ist heiß begehrt. So auch dieser Dell Latitude hier mit einer fantastischen Ausstattung, muss man sagen. Du so als Technikexperte, Carsten, da freust du dich, dass wir den hier nochmal zeigen dürfen, oder? Also wenn ich mir das so anschaue, einen Dell Latitude mit einem i7 Prozessor, das Maß aller Dinge, selbst für die eingefleischten Fans von Computern, liebe Zuschauer, und das, das eben dann nicht für knapp 2500 Euro Listenpreis, sondern heute wirklich mal richtig günstig, natürlich mit 24 Monaten Gewährleistung als geprüfter Leasingrückläufer. Wenn ich so etwas suche, wenn ich so eine High-End-Qualität zu schätzen weiß und vielleicht auch gerade diese Leistungsdichte, die ein solcher Dell Laptop hier zu bieten hat, natürlich auch brauche, dann suche ich genau nach solchen Angeboten. Aber genauso sucht der Teufel die arme Seele. Also hier mal für knapp 550 Euro ein solches High-End-Teil zu bekommen, ist an sich so normalerweise im Einzelhandel gar nicht möglich. Auch bei uns im Neupreissegment nicht wirklich. Deswegen stürzen wir uns auf die geprüften Leasingrückläufer. Und mit einem Dell, egal ob der gestern es vom Band gelaufen ist oder schon zwei Jahre gezeigt hat, dass er hervorragend funktioniert, machst du definitiv in dieser Materialstärke gar nichts mehr verkehrt. Liebe Zuschauer, wir haben ja einen Neupreis von über 2500 Euro für dieses Gerät. Hier dürfen wir Ihnen den anbieten als geprüften Leasingrückläufer für 549,50 Euro. Sie wissen es vielleicht hier bei uns immer, die geprüften Leasingrückläufer mit 24 Monaten Gewährleistung. Toll überprüfte Geräte. Diese Geräte, die wir hier anbieten, gehen noch mal zu einem Wiederaufbereiter, zu einem Refurbisher, werden selbstverständlich noch mal geprüft. Wir haben hier nur erste Wahl, die wir hier überhaupt unseren Kunden, Ihnen, liebe Zuschauer, dann auch anbieten. Und diese Geräte sind natürlich heiß begehrt, weil man hier eine Spitzenqualität zu einem unglaublich kleinen Preis bekommen kann. Mit den 24 Monaten Gewährleistung, selbstverständlich, liebe Zuschauer. 549,50 Euro, versandkostenfrei ist das Gerät innerhalb von zwei bis drei Werktagen bei Ihnen. Und du hast es gesagt, der tolle i7-Prozessor, der hier mit verbaut ist. Was haben wir sonst noch für Leistungsdaten hier? Nun, grundsätzlich muss man sagen, die Firma Intel baut natürlich fantastische Kraftwerke, speziell für die PCs und für die Desktop-Rechner. Aber der i7-Prozessor, jetzt hier in der Taktung mit 2 mal 2,8 Gigahertz, ist einfach ein richtiger Rennwagen. Also auch anspruchsvolle Aufgaben, auch mal etwas größere Datenmengen werden hier spielerisch ganz einfach von dem Rechner umgesetzt. Und genau das möchte man haben, wenn man anspruchsvoll unterwegs ist im PC-Bereich. 8 GB Arbeitsspeicher runden die Geschwindigkeit ab. Das ist doppelt so viel als bei den marktüblichen Modellen heutzutage. Wir haben schon ein Betriebssystem drauf. Windows 10 in der Home-Variante, natürlich in der großen Ausstattung. Antiviren-Scanner, alles schon vorinstalliert, das heißt anschließen und loslegen. Und wir haben vor allen Dingen auch modernste Festplattentechnologie drin. Bitte, wir reden von einem Dell, das ist absolute Champions-League-Klasse, mit 256 GB auf einer Solid-State-Drive. Dafür steht das SSD, keine beweglichen Teile mehr, deutlich leiser, deutlich schneller in der Datenverarbeitung und vor allen Dingen auch deutlich leichter. Und das ist ganz einfach ein Qualitätsanspruch, den viele unserer Kunden in der High-End-Klasse haben, genauso wie natürlich die Firma Dell, die in Amerika, in den Vereinigten Staaten die Nummer 1 ist, muss man ganz klar sagen. Tolle Leistungsdaten, Sie haben es gehört. 500 i7-Prozessor, 256 GB SSD-Festplatte, also neueste Festplattentechnik, 8 GB Arbeitsspeicher. Und das für 549,50 Euro. Als geprüfter Leasing-Rückläufer mit 24 Monaten Gewährleistung. Die REF 1275569, Ihre Bestellnummer. Unser Platz Nummer 5 hier in der Top 10 Technik, Carsten. Und eins der meistgewähltesten Notebooks hier bei uns im Programm, muss man ganz klar sagen. Ein absoluter Bestseller. Das ist aber auch ein Gerät, wo man sagt, Mensch, für 550 Euro knapp greife ich da ganz einfach zu. So ein Gerät, in so einer Ausstattung irgendwo mal im Einzelhandel zu bekommen, ist völlig ausgeschlossen. Wir reden normalerweise von knapp 2500 Euro Listenpreis. Also das ist schon mal eine Hausnummer, da muss man also schon mal schlucken, auch gerne zwei oder dreimal, bevor man da also wirklich zugreift. Und es muss nicht unbedingt sein, denn du bekommst modernste Technik eben auch mal zu bezahlbaren Preisen und das auch noch mit den 24 Monaten Gewährleistung. Aber nichtsdestotrotz wissen unsere Kunden, die sich für so eine High-End-Qualität entscheiden, natürlich auch, was so eine Qualität an anderer Stelle kostet. Deswegen wird immer wieder mal gern geguckt. Im Privatverkauf hast du keine Garantie, keine Gewährleistung, da wäre ich immer vorsichtig. Entscheiden sie selbst, mit welchen Maßstäben sie rangehen, aber da wäre eine gewisse Vorsicht geboten. Bei uns ist das definitiv nicht der Fall. Und unsere geprüften Leasing-Rückläufer haben eine Rücklaufquote im unteren einstelligen Prozentbereich. Da scheinen wir wohl irgendwas richtig zu machen und da sind wir ehrlich gesagt auch sehr stolz drauf. Und du merkst alleine schon von der Haptik, von welcher Materialqualität wir da sprechen. Das ist High-End-Qualität vom Allerfeinsten, heute bezahlbar für kleines Geld. Unter der Latitude auf Platz Nummer 5 unserer Top-10-Technik, liebe Zuschauer. Ein tolles, tolles Notebook inklusive Dockingstation. Kommt das zu Ihnen nach Hause? Die ist heute im Lieferumfang schon mit dabei. Für 549,50 Euro, liebe Zuschauer. Nochmal Ihre Bestellnummer, die RF 1275569. Das meistgewähltste Notebook hier bei uns bei Pearl TV auf Platz 5. Unsere Top-10-Technik für Sie. Da können Sie jetzt auch bestellen und haben sich richtig entschieden. Da sagen wir herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ein so toll ausgestattetes Gerät und Markenqualität aus dem Hause Dell hier auf Platz Nummer 5 unserer Top-10-Technik. Und weiter geht es hier selbstverständlich direkt mit dem Platz Nummer 4. Und auf Platz Nummer 4 haben wir ein tolles Stereo-Headset, ein In-New-Stereo-Headset, das wir Ihnen zeigen möchten. Und das ist auch mal ganz, ganz clever, weil das so ein tolles Magnetesystem hat. Das ist ja mal richtig witzig. Ich muss mal ganz kurz die Kollegen aus dem Ohr raus tun, denn das möchte ich Ihnen ganz gerne mal zeigen, liebe Zuschauer. Ich habe jetzt hier mal eben auch, merkst du direkt, wie die Umgebungsgeräusche rausgefiltert werden, über die wirklich passgenauen Ohrstecker hier. Eine ganz tolle Geschichte. Aber, Sie sehen, ich habe nicht ein einziges Kabel mehr dabei. Natürlich habe ich eine Verbindung von einem Ohrhörer zum anderen, also von links nach rechts oder von rechts nach links. Aber die Verbindung zum eigentlichen Gerät, also zur eigentlichen Quelle, zu Ihrem Smartphone, zu Ihrem Tablet oder zu Ihrem Laptop, die wird hier anders hergestellt als mit einem schnönen Kabel, wo man ganz gerne mal hängen bleibt. Wir reden nämlich hier von der Bluetooth-Verbindung. Das ist dieser kabellose Datentransport, Streaming nennt man so etwas. Und das funktioniert eben nicht nur auf eine Stereoanlage oder auf einen Fernseher. Das kann man auch im Kleinen auf so einen schönen Kopfhörer bringen mit 10 Meter Reichweite. Das heißt, dein Telefon kann auf dem Tisch liegen bleiben und du kannst dich frei bewegen bei der Hausarbeit, beim Sport oder vielleicht auch mal beim Radfahren oder wie auch immer, oder was auch immer du machen möchtest und hast trotzdem eine perfekte Empfangsqualität. Das ist eine ganz tolle Angelegenheit. Und bitte, wenn du den natürlich auch mal runter nimmst, wenn du vielleicht mal eine Pause machen möchtest oder gerade keine Musik hören möchtest, dann macht man den ganz einfach mit diesem Magnetverschluss hier vorne an den beiden Ohrsteckern zusammen. Und dann hat man hier ganz einfach auch einen Schutz dafür, dass er eben nicht runterfallen kann oder runterrutschen kann. Das heißt, ein Verlieren dieses Headsets ist mehr oder weniger ausgeschlossen. Und bitte, wir reden nicht nur vom Musikhören. Wir können natürlich auch mit so einem Bluetooth-Kopfhörer, mit so einem Bluetooth-In-Ear-Headset, wie es so schön neudeutsch im Denglischen heißt, jederzeit auch mal telefonieren, Mikro ist integriert, Bedieneinheiten kennen Sie von jedem anderen Kopfhörer auch, direkt an dieser kleinen Kontrollstation hier, direkt am rechten Ohrhörer. Und die Empfangsqualität und auch die Soundqualität, nicht nur bei Telefongesprächen, sondern speziell auch bei Musik, ist hier bei unserem Partner Avisio wirklich ausschlaggebend. Fantastische Modelle für kleines Geld hier, 14,16 Euro. Da haben wir normalerweise ganz andere Preise, die wir aus dem Einzelhandel kennen. Sehr beliebt hier bei uns im Programm, liebe Zuschauer, 14,16 Euro, die ZX-16, 19 und die 569. Unser Platz Nummer 4 für Sie, kabellos, Bluetooth 4.0, einfache Bedienung und die Magnete, sodass Sie das perfekt um den Hals dann auch erhängen können. Sensationell, sehr beliebt auf Platz 4 unserer Top 10 Technik für Sie, liebe Zuschauer. Wenn Sie sagen, genau nach sowas habe ich gesucht, dann jetzt in die Leitung gehen. Die Kollegen im Callcenter sind selbstverständlich jetzt für Ihre Bestellungen da. Ja, dann direkt jetzt anrufen, 0180 51 51, dreimal die 2. Und hier sind wir auf dem Treppchen angekommen. Hier folgt jetzt Ihr Platz Nummer 3. Und auf Platz Nummer 3 haben wir eine fantastische Soundbar für Sie, liebe Zuschauer. Eine 3D-Soundbar, die Ihnen den perfekten Klang für Ihren Fernseher gewährleistet. Eine perfekte Soundbar für Ihren Fernseher und natürlich auch den Klang zwischendurch. Wenn man Musik liebt, dann braucht man natürlich auch den perfekten Klang zwischendurch. Ja, und jetzt zeigen wir Ihnen natürlich gerade mal, liebe Zuschauer, das ist unsere 6-Kanal-3D-Soundbar. 3D deswegen, weil Sie natürlich so eine Art Raumklangerlebnis mit dieser Soundbar haben. Aber das nicht nur eben als Ergänzung für einen modernen Fernseher, für einen modernen Flachbildschirm, sondern eben dann auch mal als Hi-Fi-Anlage, denn Bluetooth-fähig ist die. Du kannst auch gerne mal von einem USB-Stick direkt abspielen oder auch mal über einen Klinkeranschluss reingehen bei einem älteren MP3-Spieler oder bei einem älteren Abspielgerät. Da ist alles grundsätzlich möglich, aber das ist wirklich mal unser Flaggschiff. Ja, 6-Kanal deswegen, weil natürlich auch hier auch noch die Anbindung eines Surround-Systems zu Hause ohne weiteres möglich wäre. Genauso wie eine Stereo-Anlage oder auch mal eine kleine Kompaktanlage. Es ist einfach vom Anschluss und vom Klangerlebnis her ein fantastisches Parademodell. Und so wie wir das jetzt hier gerade im Film schon gesehen haben, wunderschön gemacht, allerdings hier voll verkleidet. Ja, toll gemacht hier mit dieser leichten Pyramiden-Optik am Bedienteil. Fernbedienbar natürlich auch, die Fernbedienung liefern wir mit. Aber jetzt möchte ich Ihnen ganz gerne mal was zeigen. Wollen wir es abnehmen? Die Blende kann man einfach runternehmen. Ich weiß gar nicht, da hast du auch ein Auge für, wenn du jetzt hier diese insgesamt 15 Lautsprecher natürlich hier auch mit zwei Subwoofern ausgestattet mit ordentlich Resonanzraum drin mal frei legst. Dann hast du jetzt hier mal eine Optik, die einfach nur sensationell ist. Da kommen die Freunde zur Tür rein, jetzt auch über die Osterfeiertage, die Familie. Und die werden wahrscheinlich ihren Augen nicht mehr trauen. Das sind jetzt hier tatsächlich so die Premium-Modelle, die wir von Avisio im Programm haben. Die kriegst du normalerweise unter 500, 600 Euro niemals. Da habe ich ja schon Modelle gesehen, die bei 800, 900 Euro lagen. Aber als Fernsehergänzung oder mal als Stereoanlage unisono, wenn der Fernseh aus ist, einfach eine tolle Geschichte. Denn die Fernseher hier, die haben ja eine tolle Bildqualität, keine Frage, aber keinen Resonanzraum mehr für den kompletten Klang. Und was nützt dir das Beste, Full-HD- oder 4K-Bild, wenn der Klang nicht einfach zum Film passt. Manche Filme leben von der Klangqualität. Und auch die Musik sollte bitte ein ordentliches Volumen haben zu Hause. Das macht ganz einfach Sinn, da mit einer Soundbar zu arbeiten. Und wenn man ein bisschen hochwertiger unterwegs sein möchte, wenn man einen Anspruch hat, nimmt man diese Variante hier. Bei diesem Preis würde ich sofort zuschlagen. Der 3D-Sound, fantastisch, liebe Zuschauer. Da fühlt man den Klang einfach einmalig, oder? Da kann man diesen Klang wieder richtig erleben. Wenn Sie werben es spüren, genießen Sie es. Mit 284 im Turbo 91, liebe Zuschauer. Unsere Tolle 6 Kanal 3D-Soundbar. NX-1603 und die 569 für Sie. Hier die Bestellnummer. Die ist natürlich richtig beliebt hier bei uns. Auf Platz Nummer 3, unsere Top-10-Technik für Sie, liebe Zuschauer. Jetzt dann zu greifen, da haben Sie auch den perfekten Klang für Ihren Fernseher. Nicht nur das perfekte Bild, das ist gestochen scharf, Carsten hat das gerade schon schön erklärt, sondern dann auch wirklich den perfekten Ton. Das ist doch fantastisch, oder? Jetzt stell dir mal vor, du gehst ins Kino und ziehst dir da mal so einen richtig coolen Film rein, ob das jetzt Star Wars ist oder ein anderer cooler Actionfilm. Und dann sitzt du wirklich auf diesem Kinosessel, bist in einer ganz eigenen Welt, die 2, 2,5 Stunden dann da und komplett geflasht. Nicht nur von diesem tollen, hochauflösenden Bild, was da mittlerweile in den Kinos für kleines Geld zu haben ist, sondern natürlich auch schon mal von dieser kompletten Klangkulisse, ja, dieser Surround-Sound da drin, der ist schon Spitzenklasse. Wart es ein halbes Jahr und auf einmal kommen die Dinger auf DVD, auf Blu-ray raus. Dann machst du zu Hause den Fernseher an, schmeißt den Film rein, legst die Chips und die Erdnüsse parat und stellst danach so 10 Minuten fest, guckst mal so rechts und links und denkst, seht es die anderen genauso? Das Klangpaket, das kommt irgendwie nicht so gut. Und das liegt eben an diesem nicht vorhandenen Resonanzraum moderner Fernseher. Die Röhrenfernseher früher, die waren etwas genügsamer, dafür war die Bildqualität nicht so gut. Heutzutage hat sich das Verhältnis ein bisschen gewandelt. Und deswegen wird ganz gerne, um eben auch mal passend zum Bild, ein vernünftiges Klangpaket zu Hause zu haben, um den Film wie ein Kino zu genießen. Nur dann, wenn Sie das zu Hause wollen, liebe Zuschauer, gerne mal so eine Soundbar ergänzt. Und da hast du alle modernen Anschlussmöglichkeiten für die Flachbildschirme und Hi-Fi-Systeme dran, die man für Geld kaufen kann heutzutage. Das ist eine ordentliche Bandbreite drin, auch Stereoanlagen, 5.1-Round-Systeme lassen sich ergänzen. Aber hier hast du alleine schon ein Gesamtpaket vom Allerfeinsten. Und das in einer Optik, die mir jetzt herzhöher schlagen lässt. Guck dir das an. Toll. 284,91 Euro, liebe Zuschauer. Das ist der TV-Sonderpreis für Sie. Der gilt jetzt und bis zu zwei Stunden nach der Sendung. Lassen Sie sich dieses Angebot nicht entgehen. Mir hat damals auch der Berater im Elektronikfachmarkt gesagt, als ich meinen neuen Fernseher gekauft habe, Sie brauchen eine Soundbar. Die sollte aber, das war so eine kleine, die sollte damals 380 Euro kosten. Und das war so eine ganz, ganz kleine. Also hier, das ist ja ein richtiger Hingucker. Das ist richtig Klang. Das ist was ganz Tolles. Und das jetzt für 284,91 Euro, liebe Zuschauer. Greifen Sie dazu. ZX 1603 und die 569. Unser Platz Nummer 3 in der Top 10 Technik hier für Sie. Unsere 6-Kanal-3D-Soundbar. Und die holen Sie sich jetzt nach Hause. Wird selbstverständlich auch versandkostenfrei bis vor Ihre Haustür geliefert, liebe Zuschauer. Ein fantastisches Produkt, das wir Ihnen hier anbieten dürfen. Und wir nähern uns hier ganz rasant dem Platz Nummer 1 in der Top 10 Technik. Aber vorher noch Ihr Platz Nummer 2. Und auf Platz Nummer 2 hat es auch in ein tolles Produkt geschafft. Ein Micro-USB-Adapter für Lade- und Datenkabel. Und das ist wirklich ganz, ganz pfiffig und clever. Ja, man hat natürlich jetzt hier die klassischen Ladekabel, liebe Zuschauer. Und je nach System sind das unterschiedliche Anbindungsstecker. Sie kennen das vielleicht von den Apple-iPhone-Geräten. Da hatte man früher den etwas breiteren Dock-Connector. Mittlerweile nutzt man den 8-Pin. Hier hat man natürlich im Bereich Android das sogenannte Micro-USB-System. Das ist ein anderes Stecksystem, aber die Android-Nutzer werden das entsprechend kennen. Wenn man also so ein Smartphone laden möchte, ja, und das sollte man tun, irgendwann ist der Akku leer, genauso wie der Tank Ihres Autos nach ein paar hundert Kilometern, muss man natürlich jetzt hier den Stecker in die Ladebuchse reinstellen. Das macht man hier auch. Allerdings hat man hier tatsächlich einen dauerhaften kleinen Stecker mit drin. Und verbindet das Ganze ganz einfach über eine sehr stabile Magnetfunktion. Hat verschiedenste Vorteile. Wir wissen alle, dass diese Ladekabel mitunter ein paar Euro kosten können und auch nicht wirklich für die Ewigkeit gemacht sind. Und genau deswegen sind Sie natürlich hier in der Anbindung wesentlich schneller und wesentlich komfortabler unterwegs. Und wenn Sie mal hier durch Zufall, mal von mir aus, wenn Sie das Telefon angedockt haben, zu weit von der Steckdose weggehen und reißen da mal wieder am Kabel, das kommt bei mir relativ häufig vor, dann passiert nämlich Folgendes. Dann geht das Kabel hier nicht mehr kaputt oder die Buchse kaputt. Dann nimmt man ganz einfach hier das Ladekabel weg oder dockt es natürlich auch ganz einfach wieder schnell an. Und man muss ja nicht mehr so lange fummeln. Überhaupt nicht. Warum stecke ich das jetzt ein? Wie mache ich das irgendwie? Sondern das zieht sich quasi automatisch dann da auch direkt dran. Das zieht sich automatisch dran. Du nimmst also hier den entsprechenden Stecker, den packst du in die Ladebuchse rein. Da bleibt der Stecker auch geschützt vor Staub und vor Schmutzt. Und dann, zack, wird ganz einfach per Magnet angedockt. Jetzt stell dir mal vor, du nimmst das Telefon raus, vergisst, dass es am Ladekabel hängt. Ist mir schon 100 Mal passiert. Dann hast du entweder das Telefon, was du runterziehst vom Tisch, oder aber das Ladekabel nach zwei, dreimal kaputt. Hier machst du ganz einfach so und ziehst das ganz einfach runter. Das ist eine tolle Variante. Guck hier, zack. Sensationell für 6,56 Euro auf Platz 2 der Top 10 Technik hier bei uns, liebe Zuschauer. Ein unglaublich beliebtes Produkt. Ich meine, auf Platz 2 der Top 10 Technik gelandet. Und das zeigt auch, dass hier immer ganz, ganz teure Produkte ganz vorne sein müssen. Denn diese kleinen Helfer, 6,56 Euro hier, sehr, sehr beliebt. Und auf Platz 2 der Top 10 Technik gelandet. Liebe Zuschauer, Sie können aufzugreifen, die HZ 28, 44 und die 569 ist hier Ihre Bestellnummer. War lange ausverkauft, ist ab heute, ab jetzt wieder lieferbar. Also gerade frisch reingekommen. Sie können jetzt direkt bestellen und haben das dann auch innerhalb von 2 bis 3 Werktagen zu Hause. Dieser tolle magnetische Mikro-USB-Adapter, liebe Zuschauer. Und damit ist es soweit. Sind Sie aufgeregt? Hier kommt Ihr Platz Nummer 1. Und auf Platz Nummer 1 hat so ein richtiger Allrounder geschafft. Unser Universal-Digital-Rekorder für Sie, liebe Zuschauer. Ein tolles Produkt und so vielseitig einsetzbar. Das Fernsehprogramm aufzeichnen, als Game Capture benutzen oder auch die alten Schätze, VS-Kassetten, VST-Kassetten, endlich digitalisieren. Und alles ist mit diesem Gerät möglich, Carsten. Ja, und das jetzt in der zweiten Generation, liebe Zuschauer. Und speziell bei diesem Modell jetzt hier, das Sie durch Ihre zahlreichen Bestellungen auf Platz Nummer 1 gewählt haben, sind einige Neuerungen dazugekommen, die unser Partner Auvisio dafür Sie in die Technik mit reingepackt hat. Das war der Kundenwunsch. Und den setzen wir natürlich gerne um, sofern machbar. Wir haben es an Auvisio weitergegeben und die haben das entsprechend umgesetzt. Das Schöne ist, liebe Zuschauer, Sie haben einen kompletten Aufnahmerekorder, einen digitalen Aufnahmerekorder, wo man jederzeit mal eben per Knopfdruck das laufende Fernsehprogramm aufzeichnen kann. Das ist in der Regel ja digital heutzutage, egal ob SAT oder Kabel. Jetzt haben wir allerdings hier auch noch eine tolle Möglichkeit integriert und da liefern wir Ihnen sogar den Adapterstecker mit nach Hause. Auch mal alte VHS-Kassetten, die ja nun mittlerweile auch etwas aus der Mode gekommen sind, falls sie aus einem analogen Zeitalter kommen, ganz einfach mal in die Neuzeit zu retten. Denn diese Bänder haben, anders als digitale Dateien, natürlich nur eine begrenzte Halbwertszeit. Man sagt so ungefähr 30 Jahre, dann sind die Bänder hinüber, vielleicht auch schon ein paar Mal abgespielt, dann hat die Qualität sowieso gelitten. Und natürlich ist genauso aus den späten 80ern, aus den 90er Jahren bestimmt noch die ein oder andere Aufnahme dabei, die man nicht unbedingt ganz einfach auf dem Speicher oder im Geller in irgendeiner Kiste vor sich hin stauben lassen möchte. Guck dir sowas mal an. Hast du die ersten Schritte deiner Kinder früher auf VHS aufgezeichnet? Oder beim Hausbau ganz einfach mal die Kamera draufgehalten. Schau mal, 92, das ist 25 Jahre her. Unglaublich, diese kleine Mädel da, die sich da gerade so mit der Pampers über die Türschwelle schleppt, die steht heute als eine gestandene Frau vor dir. Und wenn die mal einen schönen Geburtstag feiert oder vorm Traueralter steht, möchtest du genau solche Aufnahmen zeigen. Das ist in so einem emotionalen Moment genau dieser Gänsehaut-Moment, den du damit haben möchtest. Aber wie willst du das machen mit einer VHS-Kassette, mit einem VHS-Rekorder, der ist so schwer und so groß wie ein Kühlschrank. Das geht heutzutage mit einer digitalen Datei wesentlich einfacher. Dafür digitalisierst du es ein und das machst du hier ganz einfach per Knopfdruck. Das geht ganz einfach, liebe Zuschauer, mit diesem kleinen Gerät. Carsten zeigt es uns hier. Das ist so kompakt und alle Anschlussmöglichkeiten sind auch mit dabei. Natürlich, also das, was man braucht zum Anschließen, ist alles komplett mit dabei. Und jetzt reden wir zunächst mal vom analogen Anschluss. Da gehen Sie bitte auch über das AV-Signal Ihres Fernsehers. Kennen Sie alles vom Videorekorder. In der Regel stellt er sich auch automatisch ein. Hier über Klinke in den Universal-Digital-Rekorder rein. Und diese beiden Anschlüsse, die kennen Sie noch so aus den 90er Jahren. Rot und gelb natürlich für das Klangpaket im Stereo-Bereich. Und gelb war da entsprechend der S-Video-Anschluss. Den ganz einfach mit dem Videorekorder verbinden. Und natürlich bitte auch den Speicher nicht vergessen. Die Videokassette quasi der Neuzeit. In dem Fall ein USB-Stick oder eine externe Festplatte. Oder aber auch, und das war Kundenwunsch, auch gerne mal auf einer Micro-SD-Karte für kleine Datenmengen. Und dann startest du ganz einfach das Video, drückst hier vorne auf Aufnehmen. Oder noch komfortabler über die Fernbedienung, ganz einfach auf Rack drücken. Und schon nimmst du eins zu eins das auf, was du hier im unverschlüsselten Bereich auf dem Fernseher oder auf dem Monitor sehen kannst. Auch die ersten Versuche aus dem Maxi-Kurs hier rauszuklettern und die Welt zu entdecken von dieser kleinen Maus hier. Das ist fantastisch. Einfach per Tastendruck, zack, eben drücken. Schon digitalisierter dir quasi eine VHS-Kassette auf einen Speicherstick oder auf eine Micro-SD-Karte ein. Einfacher und komfortabler kannst du es nicht mehr machen. Und viele haben, glaube ich, noch so richtige VHS-Kassettensammlungen zu Hause. Und haben da vielleicht jetzt schon überlegt, was mache ich mit denen? Haben da die Regale voll? Minken geht es darüber nach? Ja, was mache ich? Was kann ich denn mit denen jetzt anstellen? Die werden ja auch nicht besser, muss man sagen. Die bauen ja relativ schnell dann ab, diese VHS-Kassetten. Hier sehen wir auch mal tolle Urlaube, die man dann vielleicht aufgenommen hat. Hier so ein schöner Thailand-Urlaub zum Beispiel, liebe Zuschauer. Ja, das möchte man dann auch doch digitalisieren. Man möchte es ja noch ein paar Jahre dann vielleicht auch mal wieder anschauen, aufbewahren, sich die Erinnerungen dann doch wieder anschauen. Jetzt ist es möglich, und zwar hier mit unserem tollen Allround-Gerät. Das Fernsehprogramm können Sie aufzeichnen, Sie können Ihre alten Videoschätze ins digitale Zeitalter retten und Sie können auch Gameplays festhalten. Unser toller Universal-Digital-Rekorder, 123,41 Euro mit der Bestellnummer NX-4391 und der 569. Jetzt zugreifen auf Platz 1 unserer Top-10-Technik, das beliebteste Produkt hier bei uns bei Pearl TV aus dem Bereich Technik. Und ich verstehe warum, weil das ist sensationell, was mit dem kleinen Gerät alles möglich ist. Also bei dem Vorgänger war ich ja schon schwer angetan, muss ich zugeben, habe aber keinen bekommen, weil der dauernd ausverkauft war. Aber auch der war richtig lange ausverkauft jetzt, ne? Auch der war schon einige Male ausverkauft, liebe Zuschauer. Neu dazugekommen ist nicht nur die Anschlussmöglichkeit einer Micro-SD-Karte als Speicher, sondern auch nochmal ein zweiter HDMI-Eingang. Das heißt, auf der einen Seite gerne mal einen Satz-Receiver und einen Kabel-Receiver anschließen und das Signal ganz einfach zum Fernseher durchschleifen. Da rein und da wieder raus an den Fernseher, aber gerne auch nochmal mit einem zweiten Anschluss. Zum Beispiel einen Camcorder im modernen Bereich, den man bei HDMI verbinden kann. Oder vielleicht auch mal eine Spielekonsole, je nachdem, was man zu Hause hat. Das geht natürlich dann auch mal mit einem Festplatten-Rekorder, DVD-Rekorder und so weiter. Aber da musst du mit mindestens dem doppelten Preis rechnen. Aber gerade hier zum Eindigitalisieren auch mal der, ja, nicht mehr ganz so lange haltbaren VHS-Kassetten, so aus den späten 80ern, frühen 90er Jahren, bist du ganz vorne mit dabei. Kurz den Anschluss dran, die Leute aus der Zeit kennen das. Und dann per Knopfdruck digitalisieren. Das machst du selber, da brauchst du keinen Sprachmann für. Unser Platz Nummer 1 für Sie, der Universal-Digital-Rekorder. Jetzt bestellen! 123,41 Euro. Das ist der TV-Sonderpreis für Sie, liebe Zuschauer. Gilt jetzt und bis zu zwei Stunden nach der Sendung nochmal die Bestellnummer. Die NX 43,91 und die 569. Das war sie schon wieder. Unsere Top 10 Technik für Sie. Die beliebtesten Technikprodukte hier bei Pearl TV. Und da waren so tolle Sachen mit dabei. Die muss man einfach haben. Am besten eigentlich alle, weil die aus so unterschiedlichen Bereichen, so unterschiedliche Einsatzbereiche sind. Ich hätte sie alle mitnehmen können. Ja, oder? Ich auch. Also ich bin da echt begeistert. Die Soundbar, sensationell. Und auch die kleinen Sachen, fantastisch. Greifen Sie zu, Sie bekommen ja die tollen TV-Sonderpreise.